Der Bauen und Wohnen Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhipp Baufinanzierung. Der Frühling kommt und nicht nur die Blumen, sondern auch die Immobilien sprießen sprichwörtlich aus dem Boden. März und April sind erfahrungsgemäß die Monate, in denen viele Häuslebauer mit ihrem Bauvorhaben starten. Doch schnell kann es vorkommen, dass die Kosten für Außenanlage, Erschließungskosten oder die Inneneinrichtung einen fünfstelligen Mehrbetrag aufweisen. Experten raten daher, trotz des Aufwinds im Frühling, nichts zu überstürzen und auf eine genaue und seriöse Kalkulation zu achten. Wir empfehlen in der Tat, dass 10 Prozent mehr als Puff auf die Gesamtkost mit einkalkuliert werden. Viele Banken wiederum bieten die Möglichkeit, wenn der Kunde das am Ende der Bauphase nicht mehr braucht oder der Bauherr, dann entsprechende Anteile wieder zurückbuchen zu können, sprich sogenannte Nichtabnahmemöglichkeit, wo das in Form einer Sondertögen wieder zurückfließen kann. Und da empfehlen wir ganz klar, dass man darauf achten soll, gerade schon wenn man sich mit dem ersten Budget in der ersten Finanzierungsrunde oder Gesprächen auseinandersetzt. Daneben bieten manche Banken zum Start der Bausaison günstige Angebote für Darlehensnehmer, zum Beispiel statt drei, sechs oder zwölf Monate bereitstellungszinsfreien Zeitraum 18 oder 24 Monate. Danach sollten Bauherren in jedem Fall fragen. Ebenso, wenn es ums Thema Eigenleistung geht. Wer Arbeiten wie Boden verlegen oder Wendestreichen selbst übernimmt, braucht möglicherweise 10.000 Euro weniger. Und das sollte im Finanzierungsplan berücksichtigt werden. Das nächste ist auch, wenn ich die Bauzeit weiß, dass man auch das Thema Bereitstellungszinsen korrekt plant. Also es bringt nichts, wenn der Bauherr weiß, dass er irgendwie eineinhalb bis zwei Jahre vielleicht sogar Bauphase zu erwarten hat und nur einen bereitstellungszinsfreien Zeitraum von drei Monaten hat. Das heißt, wenn der bereitstellungszinsfreie Zeitraum abgelaufen ist, muss der Darlehensnehmer auf die noch nicht abgerufenen Darlehensteile oder auf den Darlehensbetrag einen Bereitstellungszins zahlen, der je nach Bank zwischen 0,1 bis 0,25 Prozent pro Monat liegt. Das heißt, hat er 100.000 noch nicht abgerufen, muss er allein dafür für diese Bereitstellung 100 bis 250 Euro Zinsen pro Monat bezahlen. Dazu kommt, dass der Darlehensnehmer während der Bauphase auf die abgerufenen Gelder Darlehenszins bezahlt. Für einen entspannten Start in den Frühling und ein entspanntes Bauvorhaben sollte die Finanzierung also immer zur eigenen Bauphase und der Zeit passen. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhip Baufinanzierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017